Ich wollte halt in so Unternehmertum. Ich will nicht nur alleine im Marketing. Meine Herausforderungen vor dem Coaching waren, dass ich gar keine Ahnung hatte. Ich war Einzelkämpfer viele Jahre, bin überhaupt nicht nach vorne gekommen, sondern habe immer in der gleichen Schleife gehangen. Ich hatte natürlich auch nur eine begrenzte Kapazität, Immobilien hinzuzunehmen, die ich überhaupt abarbeiten konnte und wollte einfach nach vorne kommen und habe gedacht, jetzt lasse ich mich professionell coachen, um mein Unternehmen zu entwickeln. Ich hatte quasi keine Ahnung und alles, was ich heute zum Thema Immobilienverkauf weiß, weiß ich von Bosbach Consulting. Ja, konnte dadurch die erste Immobilie sofort als Quereinsteiger verkaufen. Ich habe einen ersten Erfolg gehabt und zwar habe ich eine Immobilie verkauft und mich komplett an den Ablauf gehalten. Und es hat die Magie funktioniert, dass ich am Ende nach 34 Tagen beim Notar saß. Immobilie online geladen, eine Woche genauso wie ihr es vorgibt. Eine Woche war die online, habe 25 Besichtigungstermine dieser Woche sammeln können, habe die dann durchgeführt und habe dann 2.95.000 angeboten, habe sie für 330.000 verkauft. Gerade die Einkaufsgespräche, das bekomme ich mit, dass die Quoten immer höher werden, dass wir wirklich auch die Aufträge erhalten vom EK1 zum EK2-Termin und dann zum Auftrag, weil wir einfach die Prozesse immer besser umsetzen. Auch einfach das Feedback der Kunden wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe vorher schon ein Coaching gemacht, was mich sehr unzufrieden gestimmt hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, da wird nur Geld gezogen. Und das Coaching jetzt ist ganz anders. Hier kriege ich Zahlen, Daten, Fakten an die Hand und ein System, wie es funktioniert. Und der Unterschied ist von der Praxis für die Praxis und das war vorher nicht der Fall. Dass man immer einen kompetenten Ansprechpartner hat. Man hat keine langen Wartezeiten, es wird sich Zeit genommen. Es wird versucht, die beste Lösung zu finden. Innovation ist da für mich auch ganz groß geschrieben. Also die Unterstützung ist einfach immer da und eben auch diese Ex-Normale ist immer zu spüren an jeder Ecke. Und mir gefällt dann alles, was er macht. Podcasts, YouTube, die ganze Palette und einfach, dass er halt, ich habe auch seine Entwicklung gesehen. Ich kenne auch seine ersten Videos, habe ich auch gedacht, ja, jeder hat mal so angefangen. Und heute steht ein ganz anderer Mann vor dir. Und das fand ich halt toll, auch seinen eigenen Werdegang zu sehen, wie er sich so gewandelt hat im Laufe seiner Erfolgsleiter, die er jetzt gerade heraufgegangen ist. Das inspiriert mich halt total. Hier bleibt keine Frage unbeantwortet. Da wird dir sofort geholfen und das passt einfach alles. Und auch vom Inhalt her, im Coaching, von den Videos. Wenn du das nicht ordentlich durchgehst, dann bist du selber schuld. Habe ich ein großes Netzwerk in Gesamtdeutschland aufbauen können mit empfehlenswerten Maklern, wo ich mir den einen oder anderen Ratschlag holen kann, mich austauschen kann. Und man fühlt sich wie in einer großen Gemeinschaft. Und wir sind alle zusammen ein Team, die die Mission haben, dass wir Makler einen besseren Beruf bekommen in der ganzen Welt. Wer konkrete Prozesse haben möchte, wer Anleitungen, eine Blaupause möchte für das, was er tun muss, um erfolgreich zu sein, um die Kunden zu beeindrucken, um die Kunden zufrieden oder mehr als zufriedenzustellen, der muss einfach zu Heinz Bosbach kommen. Und einen anderen Weg gibt es nicht. Das ist die Abkürzung dafür, was man eben erreichen kann. Die Leute, die einfach ein bisschen anders denken und nicht immer nur das plappern, was alle anderen sagen. Und deswegen muss ich sagen, ist der Heinz einfach eine geile Socke.